Hi Freunde, eine Frage, die so gut wie nie gestellt wird, ist die Systemfrage. Wir stellen sie und geben unsere Top 3 Gründe, warum der Kapitalismus ausgedient hat. Das Herzstück des Kapitalismus ist die Akkumulation, also die unbegrenzte Anhäufung von Dingen. Und damit ein Hergehen, das Streben nach immer mehr Gewinn. Und das bringt mich auch direkt zu Grund Nummer 1. Denn dieses Streben nach immer mehr fördert die Gier in uns. Und die Gier ist einer unserer niedersten Triebe und verengt unsere Sicht auf das, was wir uns wünschen, auf das, was wir nicht haben, auf das Verlangen nach etwas, das wir begehren. Und während wir uns darauf konzentrieren, leiden wir, weil wir denken, dass wir etwas brauchen, was wir nicht haben. Und das vernebelt unsere Sicht auf die Dinge, die wir schon haben, für die wir dankbar sein können. Damit werden wir unglücklich. Dadurch macht uns der Kapitalismus unglücklich. Grund Nummer 2 ist, dass auch die Ressourcen hauptsächlich zur Profitmaximierung eingesetzt werden. Und nicht unbedingt zur Befriedigung tatsächlicher Bedürfnisse. Das führt einerseits zu Mangel an anderer Stelle und andererseits lehnt es die Gesellschaft, weil wir hinter unseren Möglichkeiten bleiben. Durch enorme Verschwendung, die auch gleichzeitig noch riesige Umweltschäden nach sich zieht. Grund Nummer 3 ist, dass die Akkumulation von immer mehr Ressourcen, von immer mehr Dingen, natürlich auch den Zugriff auf immer mehr Dinge erfordert. Und das ist eigentlich der Hauptgrund für Kriege. Also verursacht der Kapitalismus Kriege. Deswegen sind wir der Auffassung, dass wir den Kapitalismus ersetzen müssen. Durch ein neues, durch ein menschliches System. Und falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann kannst du hier ein Video dazu sehen, wo ich darüber spreche, wie Macht und Geld miteinander zusammenhängen und wie das erste Prinzip eines solchen neuen Systems aussehen kann. Oder du kannst uns am 26. Mai deine Stimme geben. Denn wir treten für das Europaparlament an, wo ich kandidiere und wollen auf diesem Wege genau daran arbeiten, den ersten großen Schritt dahin gehen, ein neues menschliches System zu erschaffen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.